Das ist mir egal. Aber wenn was Kevin spielen will, so Echo zum Beispiel oder Soraka sind halt ganz ekelhafte Sachen. Soraka stimmt. Wer ist Support? Du bist Support-Bliss? Ja. Hast du Bock auf Soraka? Ich weiß nicht, ob ich meine Ziegen-Masterys... Ich spiel Irelia. Dann würden wir Soraka-Draven spielen. Richtige Cancer-Lane. Also richtig geil. Ich mag Draven nicht so. Aber Soraka-Draven spielen wir. Was meint ihr Kevin? Du spielst Echo? Irelia hat er gesagt. Ich spiel Irelia. Ah ok. Schön bei Irelia wurde gebufft, ne? Joa, bisschen Q. Jetzt kommt der Main. Erstmal Leblon. Das macht nicht so viel aus, oder? Ich bann noch Syndra, ja. Erstmal. Erstmal nicht mehr gegen Dispul. Oh, die dürfen keinen Leblon anbannen. Oder spielst du endlich mal vernünftige Champions? Oh. Gott zwei. Tschüss. Instant weg, der Bobu. User joined your Channel. Ich bann Anivia bei so einer Aktion. Ich hatte gerade einen Leck. Ich bann extra für dich Syndra. Also, äh, first pick dann... Joa. S auch noch? Soraka? Ok. Ja, ich hab keine Mastery, äh, keine Runen für Soraka. So, ich würd im nächsten Genre einfach spielen. Mal irgendwie Thrasher oder... Ja, dann hätt ich nämlich Soraka gebannt. So, was sagst du nächstes Mal eher? Ja, schreib dem doch einfach, du darfst nicht Soraka picken. Ja. Ihr Huren! Ja. Oh, Leona Ashe ist ziemlich, ist ziemlich sweet. Target Bun. Die... Alter, die Wichser! Ich schreib grad mit ihm. Haha, Target Bun. Haha, ja, ihr aber auf Johnny 2, Bunter Graves. Statement. Ja, ja. Geht mal mit dem Bauch. Über Irelia. Das ist ja ziemlich ugly. Soll ich Irelia first picken? Nee. Nee. Er spielt Kragas. Oh, schon wieder? Wobei, was heißt schon wieder? Kutscher hat gestern seinen krassen Bokon ausgepackt. Ha! Achso, wie lief's eigentlich? Habt ihr verkackt? Naja, lief eigentlich ganz okay, aber wir haben... Also, die haben wieder gelanestoppt und wir haben die richtig zerfickt im Lanesop. Aber dann haben wir zwei doofe Fights genommen und waren halt in den 10 Kills hinten und dann... Ja, bei so nem Jungler, ey, ganz ehrlich. Kutscher war Jungler, oder? Ja. Ja. Verstehen. Alter, Trundle und Poppy ist schonmal... Oh, Poppy hätt ich spüren können. Aber Poppy hätt ich spüren können. Echt? Ja. Schade, ich wollte jetzt mehr spielen. Sogar brutal, ey. Krass. Sogar brutal, ey. Recht brutal. Also willst du dich auf Soraka hinablassen, oder? Nämlich nächstes Game, ich mach mir dann eben... Nami. Kann Sirelia picken. Money! Die nehmen einfach Amor in Rot und in... Dissensen und dresst dann MR. Nee, Amor in Rot, MR in Blau, Amor in Gelb und AP. Ja, mach ihn nach dem Game, dann mach ihn nach dem Game. Money, money, money. Makes me funny. Makes me funny. In the rich man's world. Hä? Warum muss denn ich jetzt picken? Weil du jetzt dran bist mit Pickern? Leute, bei mir hat noch keiner nen Champion gepickt. Was? Wir haben Gragas, Nami, Irelia... Wir haben alle schon gepickt, ja. Was haben die, was haben die? Die haben Trundle, Poppy, Bart und Lucian. Bei mir ist original kein Champion. Ja, du hast schon recht hier in 15. Ähm... Ja, das seh ich. Ari oder Castiel sogar. Du, 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 du... Du musst Asien lernen. Alter, Anivia. Gerade die letzten beiden Skins sind zu Dump und Catelyn. Headhunter und Doona Wraith sind beide so eklig. Die ficken wir! Ja! In dem Sinne. Äh, was, was haben die gepickt? So, jetzt willkommen zu einer weiteren Runde. Spannender Infernung! Und Riot dachte sich, jo! Ähm, das Rank-System läuft schon richtig gut, da wollen wir es noch besser machen. Deswegen nun eine Ober- und Untergrenze für High-Elo-Dynamic-Q. Ja, ich glaube, Johnny, du bist da, oder eigentlich wissen wir, Johnny, erklärbar. Du hast gestern gepostet. Ja, also im Endeffekt ist der Ansatz jetzt so, dass man nicht mehr mit zwei kompletten Ligen quasi zusammenspielen kann. Also nicht mehr Gold mit Diamant und Platin mit Master, sondern nur noch mit zwei Divisionen Unterschied, das heißt... Nee, betrifft das nicht nur Platin 2? Ja. Und höher? Nur Platin, glaube ich. Ja, ja, ja. Und Platin, Master ging ja sowieso nicht. Mein Gold-Beispiel war tatsächlich schlecht gewählt. Ja. Ja. Und zwar richtig. Und zwar richtig. Also Diamond 1 darf bis Diamond 3 zusammenspielen, Diamond 3 wiederum bis Diamond 5 und so weiter und sofort Master. und Challenger gelten auch als eine Division. Aber deswegen könnte Kucha zum Beispiel nicht mehr mit Kevin spielen im Moment. Ich glaube, der ist da mit 3. und ja, das macht für uns das Ganze natürlich noch schwerer. Ja. Vor allem, also es ist quasi unmöglich jetzt in einem Team vernünftig zu spielen für uns und dabei legal, sich im legalen Rahmen zu bewegen. Äh, deswegen scrimmen wir heute im Custom Game gegen unsere Erzfeinde. Alter, ist der Skin disgusting. Und, äh, wir müssen schauen, wie wir das in Zukunft machen, weil das Ding ist, ein Tag jetzt vor der Aufnahme oder ein Abend vor der Aufnahme, äh, kriegen wir das halt mit. Ja, weil Mittwoch wird immer gepatcht und wir nehmen immer Mittwochmittag auf. Das geht super. Äh, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Jetzt gerade in der Aufnahmesession, wir scrimmen jetzt und mal gucken. Eventuell werden wir dann irgendwie eine Lücke füllen, vielleicht eben mit dem Team zusammen Call is Call aufnehmen oder so, bis wir da eine Lösung finden. Falls ihr ein Dear Master Team seid, ähm, und Bock habt, gegen uns zu spielen, dann schreibt doch unserer Twitter-Seite, Spanner Inferno, äh, dass ihr Bock habt und, äh, dann adden wir euch und klären das. Ich glaube, das wäre im Moment die beste Lösung, damit ihr weiterhin, ja, Tryhard-Action sehen könnt. Alternativ könnten wir halt auch einfach, äh, in der NCK mitmachen, weil die ist auch viermal die Woche. Ich komm mit, Johnny. Ja, sehr gerne hätte ich diesen mitlenken. Alter, der Skin ist so eklig, was ist denn das? Allein die Auto-Tags, die hören sich einfach an wie, weiß ich nicht. Ja, ja. Okay, hat wohl gewonnen. Das ist wie so ein bisschen mit diesem F-Skin, diesem Arcade MF, mit dem Love-Tab, weißt du, was ich meine? Ja, aber was soll denn, dass sie auch da stehen? Das ist so komplett eklig. Oh, ich hab's gemacht, durch den. Alter. Ich wollte einfach nur ein bisschen damage. Ja, der Teleport. Ich hab' mich so eklig, ey. Mach' noch Ruhig-Wölfe-Raport und komm' da noch mal. Ich würd' ganz gern da nie hier schon ein paar dran nehmen. Juhu. 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 Ja, es ist halt komisch, dass erst Team-Rank rausgenommen wird, um dann dein MQ für High-Elo, also Platin oder Hörer, so krass einzudämmen. Ja, vor allem, dass das richtige High-Elo. Ich glaube nicht, dass es dafür irgendeine Red-Kredigung gibt, das ist einfach übeldumm. Ja, also, es sollen halt quasi die Leute, die... Hier, 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 hier. Okay. Oh, ich hab grad Minions. Es sollen halt einfach die, ähm, verhindern, dass Leute in ihrer Master-Promo und ähnliches, ähm, Leuten queuen, die weiter unten sind. Ja, also, das war halt wirklich hart abusbar. Also, ich mein, ich bin ehrlich, ich hab einfach in einer meiner, ich hab ja drei Master-Promos gebraucht. In der zweiten Master-Promo konnte ich in meiner Master-Promo mit jemandem, der Platten 3 war du queuen. Das ist halt echt nicht legit so an sich. Jo, aber ne siebte Lösung dafür wär einfach gewesen. Jungs, äh, wenn ihr mit Leuten von unten queuen, kriegt ihr quasi gar keine Leak-Points und in Promos kann man's nicht machen. Ich komm in Botlane. Das Problem weg. Ja, das mit gar kein... Das System ist einfach broken, so. Ja, oder du machst halt genau die Regeln wie jetzt halt für Promos. Bin jetzt da? Das finde ich okay, ja. Auf Bad? Ja, auf Bad. Okay, dann, go. Boom. Nice, good job. Ja, sogar noch gegen durch. Gut, damit ich halt nicht gilt, ne? Ne, hat er noch nicht. Hier ist der Jungner. Okay. Okay. Ja. Also es ist halt echt schwierig nachzuvollziehen. Wir versuchen uns da zusammenzureißen. Zumindest Team-Rank finde ich halt wirklich schade, dass das weg ist, weil ich halt früher, die meisten, die mich ein bisschen verfolgen müssen das ja auch, ich hab früher einmal in der Woche halt mit meinen Real-Life-Ronen gespielt. Und die waren halt zwischen Gold und Diamant. Das geht halt einfach gar nicht mehr. Ja, also da ging's auch gar nicht darum, ne gemeinsame Elo zu haben, sondern einfach das Team-Gefühl zu haben, finde ich. Und das geht jetzt nicht mehr. Und alle, die sagen so, ich bin doch Normals, ist das halt einfach nicht dasselbe so. Weil entweder nimmt man selbst halt nicht ernst, was okay ist so. Aber meistens ist halt auch, dass die Gegner nicht ernst sind und halt das geile Gefühl halt nicht da ist. Ja. Das ist echt schade. Also wenn du ein Team hast, das tatsächlich irgendwie Diamond Master ist und das ein bisschen serious spielen will, dann musst du ja irgendwie practice und so. Und das geht halt in den, also wie willst du das Scrim? Scrim ist halt in dem Bereich übel dumm, ne. Und Ranked ist da halt übel gut für. Oder Team Ranked. Und das gibt's halt gar nicht mehr. Ich weiß ja, alleine als ich in GSH war, war ich so deinem 3 und ich hatte ein paar die Masters. Ich meine auch EPS Team Scrim ja quasi nur über, die Scrim ja nicht. Die spielen normalerweise nur Ranked. Bis auf ein paar Ausnahmen. Das ist einfach, ja keine Ahnung. Ich find ja Dynamics ja an sich cool so. Ich mag das ja eigentlich. Man muss halt aufpassen, dass man jetzt Dynamics mit dem neuen System verwechselt, ne. Also, dass man zwei Rollen auswählen darf, ist ja nicht direkt dein Dynamics. Ne, ne, mir geht's einfach darum, dass ich mit ein paar Kumpel zusammen Ranked jobben kann, wenn man nicht full Prima Days. Macht ihr Sinn, Kevin was zu machen? Ne, ne, mach nicht. Ich hab Level 6. Kann die engagen. Ja. Ich hab nicht so viel Schade, als ich so eine Phase war. Aber es sollte passen. Sie selber aus wie Cassiopeia, man. Was macht die da? Oder Saira, also. Ja. Willst du noch die Upload machen? Was geht mit Trun? Du schreibt der. Kannst du freeze'n? Aber okay, bleib einfach da dann, oder? Kannst du die ein bisschen freeze'n? Der Dusch mit so. Hast du den Bart? Okay. Ich bete jetzt und dann warte, die Minimave kommt gerade. Wir warten bis die Minimave da ist. Ne, ich kann nicht. Why? Okay, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Ich bin gerade da, dann. Oh, das ist ja gut. Da ist hier, Hopp. Bart, keine Mitte, warum? Ich die weh? Oh fuck. Bart, warum, Mitte? Ah, da haben sie mir gut gegeben. Ah, jetzt hab ich ult. Vielleicht geht noch was. Na, schön, dass du hier war. Hopp hat geflasht. Hab ich sie erwischt? Ja, 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 ja. Ja? Duschen könnte jetzt auch gleich bitte sein, ne? Musst du aufpassen. Oh, nein! Ich move auch straight in die Mitte. Ich werd zu spät. Hier, hier, Papi, Papi. Ja, 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 ja. Du, schon, schon. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, oh. Quatsch. Das war kacke. Ah, das war kacke. Ah. Ey, wir haben Anivia nicht bekommen. Shit. Ja, das nicht. Sondern wir haben gefeiert, wenn Bot-Plantern an Base ist oder so. Naja, wir waren an Base. Ja, wir waren an Base und Bar ist einfach mitgegangen. Okay, nix mehr. Ich komm gleich wieder hin. Ja, mich hat nur geärgert, dass ich Anivia nicht bin. Direkt nach dem Ei geäht bekommen hab. Ja, dann wär sie tot. Ich bin einher, denk ich. Oder hast ein Pinko hat's? Ja, kannst du unten nehmen, weil dann zock ich die P hier. Kriegst du ein Sicker. Bart hat kein Ignite jetzt. Ja, ich komm unten, klar. Bart ist jetzt wieder miss. Der ist 6 inzwischen. Alter, der Lush hat grad einfach in der Mitte einer Tablette gekriegt. Okay. Äh. Und auch 6. Wir sind da 7 schon. So, wie ist Schmidt bei Borges geworden? Blumen ist neben. Direkt? Anivia roam. Die gehen zum... Oh Mann. Die gehen zum Dring in der Mitte. Äh. Tano und ich keinen TP. Äh. Blubuff? Hat Anivia noch TP? Ähm. Wahrscheinlich schon. Ich glaub schon. Die Autotecks, Mann. Die sehen so dumm aus. Na, lauf bei. Na, na, na. Ach, die hat... Aber der Headshot hat sich geil an. Der Headshot hat sich nicht schlecht an, so. Ja. Wie wie bei Gin. Wie bei normalen Autics. Pew, pew. Ja. Das ist übel neu. Aber wir können jetzt ein bisschen freezen, so. Ich kann hier so ein bisschen trappen. Komm mal, top. Da reden, ne. Wir sollten, glaube ich, ein bisschen mehr poken. Ja. Ja. Komm mal, komm mal. Oh. Oh. Da kommt auch gut. No, what? Nice flashdown. Jo, ich hab einfach auf der Stelle geflasht mit der. Komm mal rum. Aber die Keyword-Box von Barth ist einfach so blöde. Ja, die wollen mich da auf jeden Fall. Ja, hier schon. Ich kann nicht sein. So, Alter, wo ging denn mein Flash gerade? Ja, da war auch so. Jo, tschüss. Ich kann hier rüber holten, aber ich würde... Wieso läsch da oben? Ja, 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 ich würde gerne mich bewegen und nicht einfach auf der Stelle stellen. Aber why? Du bist doch nach vorne geflasht mit dir. Ja, sag halt nein. So, why? Ich hab nicht gehört, dass du oben rum kommst, aber why? Ja, so, schon von sich aus. Das war weird. Ein Moment, in dem ich spröre, nicht aufzunehmen. Weil ich hätte mein Monstergehalt definitiv beim Tower. Das kann leider niemand nachweisen. Ja. Ausreden zählen nicht. Ihr müsst mir einfach glauben. Wir sind ein Team, hey. Deswegen glauben wir uns so. Ja. Kamehame, was macht sie beim Backpotten? Sie spuckt einfach... Kamehame, was macht sie beim Backpotten? Sie spuckt einfach den Boden an. What? Ja! Ihre Waffe... Guck mal, wo ihre Waffe hingeht. Die ist einfach weg. Die löst sich einfach auf. Die geht in den Boden, ne? Ja! Man wird so wie ein blauer Schlamm einfach. What? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die hat noch keinen Einer. Nein, nein. Fuck den. Wart war Bots heute wieder? Yo! Oh, klar. Der wurde gecatcht. Kutscher, wo bist du? Alter, jetzt mal ganz langsam, ne? Da wäre Kutscher auch gestorben. Ja, ich gehe base. Ich gehe base. Ich gehe base. Kutscher wäre das gar nicht da hingegangen. Hehehehe. Ja, 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 ja. Schade, Poppy. Ich gehe mit der gleiche All-In. Bart ist wieder bot. Okay. Leider mal. Bleib mal ein bisschen live. Miss, ja. Miss, ja. Bin gleich da. Trandl miss. Wir sidestip. Verlierst du jetzt ein bisschen was? Aber ich glaube wir kriegen, okay. Ich habe auch alles ab. Ach, sehr schön. Auch Flash? Ja. Ich glaube, Warlords ist immer noch ziemlich nice auf Catelyn. Die wieder warden. Go, 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 go. Mit dem Headshot. Bart könnte mit dem. Bart könnte mit dem. Ah, ne, der ist hier, der ist hier. Nice. Sonderfassig. Ah, sehr schön. Ich habe auch noch den Kielbock. Ich habe auch keinen Flash. Äh, ich habe vielleicht noch. Premium ist. Einfach perfekt. Ich habe auch noch Ignite. Das reicht aber auch ein schöner Rap-Train, muss ich sagen. So, jetzt gehe ich auch weg. Gut. Ich glaube, wir können die Zweigen zwei nehmen, ne? Na ja, Poppy, ne? So, aber Blinko. Wir haben alle TP gehabt, glaube ich. Keine ist Kratmas. Keine ist Kratmas. Pink Ward ist am Start. Ich setze ihn hier wahrscheinlich hin. Bei dem Harald, Harald. Harald, kannst du machen. Wir brauchen nur einen Pink Ward vor CD. Da sind wir mal leben, Alter. Ob Blinko. Oh, da kommt TP. Ah, ich komme nicht weg wahrscheinlich. Hast du ja nie wir haben? Ne, genau. Oh, sie bin... Unlucky Gang. Ich habe den unteren Busch gesweetet. Oh, die TP okay einfach auf mich. Oh, lol. Wie unlucky das hier war. Shish. Lass sie catchen, wenn die kommt. Ahhhh. Der ist jetzt mega fit. Lass dort drauf gehen. Oh, hier ist ein Pink. Hier ist ein Pink. Fixed alleine, oder? Kann halt move'n. Kann ich halt richtig erneuern. Weil wir die 2 gegen 2 wahrscheinlich richtig hart haben. Joa. Ich bin okay. Ist ja klar. Ja, das ist wahrscheinlich der Sandsweaver. Aber 2-V2 sind wir immer noch fein. Ich hätte halt auch gerade gar nichts anderes. Ich habe ihn zwölf Sekunden wiederholt. Dann können wir in der Mitte sogar nochmal killen. Das ist das dumme gegen Lucien. Sobald du einen Champion hast, der den Palling nicht ausweichen kann. Der einfach R drückt, bist du tot. Das ist so dumm. Ja, da ist Poppy. Schaffen wir die 2 und 2? Ja, auf jeden Fall. Die wollen hier glaube ich den Pink leeren. Ne, die wollen den Blue nehmen. Die wollen den Blue nehmen. Ja, lass die, lass die. Mach. Ich versuche einfach. Ja, hab ihn! Bleib hier, bleib hier. Sehr gut, Verschwörer. I'm crying. Oh, darunter passiert was? Ja, ja, wir kommen, wir kommen. Gib hier. Oh, ne. No, kurz herz. Oh, wenigstens noch in Strength. Die haben einen Scuttler-Buff. Nice. Ist ja richtig bitter, wenn sie uns blocken dürfen, sondern... Hä? Na. Oh, ich kich hier lang. Kann sein, dass dann das Stück gebraucht wird. Goodbye, super. Oh, der Pink war das aus. Ja, Mitch ist Miss. Das ist nicht cool. Der war neun gestellt. Jaja, klar. Mitch ist immer noch Miss. So, ich weiß nicht, ob die macht. Bart ist auch noch Miss. Oh, wir können nicht rein. Außer da kommt wieder irgendwas. Hier kommt wieder irgendwas. Hier kommt wieder irgendwas. Ja, Johnny Blue. Aber wenn DrundleDP kommen würde, müssten wir einfach beide killen bevor irgendwas machen. Ich glaube, das hätten wir gerade auch machen sollen. Ich glaube, das hätten wir gerade auch machen sollen. Ich werde da gerade reingehen sollen. Ja, genau. Ne, ich kenne nicht Base. Ich habe relativ wenig Mana. Sorry. Dann gehe ich jetzt schon Blue. Oh. Poppy ist da oben ein Wölfen. Da war Poppy. Da ist Poppy. Da ist Poppy. Da ist Poppy. Da ist Poppy. Oh, hör bis drüben. Poppy kommt dazu. Kann flashen. Kann flashen. Kann flashen. Oh. Ja, das ist auch... Der Bart zieht hier mit Q-Auto-Tick einfach halbes Leben ab. Jo. Was war das? Wir machen, Drake. Jo, in die Wertmitte reingepusht. Ich fühle meine Nase hochziehen. Ich kriege mich nicht gemutet irgendwie. Ob du es. Just do it. Ich habe einen Laker oder bist du krank? Bist du krank? Bist du krank, ne? Das du es, Johnny. Wir sind alle bei dir. Ich glaube, ich werde normal vermuten, aber wenn ich QS nicht als Admin starke... Mach es einfach so richtig schön. Nice. Ey, ich komme nochmal. Kevin? Jo. Jo. Ja, da hat hier ein Ort, glaube ich, ne? Ja! Wahrscheinlich hat dich das gestunnt. Was war das denn? Das ist so eine komische Hitbox immer bei Poppy. Alter, du standest hier! Jo. Können wir hier was machen? Ich dachte, ich hätte es miss. Aber wir hätten es miss. Können wir? Ich bin ja noch heilen. Was ist miss? Ja, ich habe keine Rage. Soll die B hin? Hatte der Hitbox, Alter. Komm mal hier, ich habe die an ihm. Ja, 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 ja. Können wir hier raus? Keine Ahnung, wo... Keine Ahnung, wo... Dings noch zu essen, ne? Super merkwürdig. Welcome to the League of... Chandel war hier. Ja. Als dann, statt Stats zu nerfen, hätten sie vielleicht einfach mal das nerfen sollen, ne? Können wir den Contest'n? Ja, ja, ja. Komm, den Contest'n. Was ist Drake? Passt auf, passt auf. Ja, komm mit dem Move. Ja, ist wieder oben. Da ist ein Pink. Anliefer war er verloren mana. Ich push mit rein. In the Space. Aber ich bin nicht mehr verhalten, glaube ich. Oh, wow, die bleibt stehen. Ja, wenn ich nicht gecatcht werde, dann... Ich hab auch keine Samanas grad. Ich hab auch keine Samanas grad. Lass doch mal hinziehen. Ja, warte, ich mache hier kurz den Pink. Ah, okay. Ich hab auch kein Flash, ne? No need. Ah, nevermind. Ich push einfach Mitte eine Wave rein. Was ist denn das? Ich war von Bart, oder? Aber ich verpasse immer noch, dass man auf Catelyn jetzt den W wechseln. Ohne Witz. Ist schon mal ein fünftes Catelyn-Game oder so. Und ich wechsel immer noch zum W. Können wir oben was holen? Äh, der ist grad Base. Okay. Ich komm bot. Das wird wieder ripp. Ne, wir sind ripp. Ne, wir sind ripp. Ne, wir sind ripp. Ich bin auf jeden Fall ripp. Wieder um zurück nach einer. So. Oh, das sind einfach alle. Ja, das ist natürlich jetzt, äh... Hm, ein Game in dem Bot-Lane komplett... ...Wieder... ...eskaliert! Geil! Oh no, oh, what? Wie schenkt der denn? Dann hat geflasht. Er pisse euch. Ja klar. Warum? Oh, Q auf dem Minion? Oh, ja! Oh! Wieso, nein! Wieso, nein! Oh, nein! Oh, der wollte mich wegkippen! Ne, der wollte ich nur knock up. Ne! Oh, nein! No, nein, nein, nein! Nehmt ihn! Nehmt ihn! Äh, ich warte, äh, Captain überlebt! Ich opfere mich für dich! Nein! Alter! Vor ner Bot-Lane bis hier oben, alle down gehunted! Ich wollte halt Kevin retten! Ich dachte, er will dich nur knock up mit der Ult. Nee, er hat ja schon lange gechandled. Ne, er hat ja schon lange gechandled. Ja, stimmt. Er wollte mich save. Alter, und... Ha, ha, Donald Johnny! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Du kannst ja auf Sunfire-Eisbauen, Junge. Wahrscheinlich. Du kannst jedenfalls... Du kannst jedenfalls... Ja, jeder Scheiße-Stell! Du kannst Any Top-Lane mit Sunfire-Eisbauen, Alter! Das ist so behindert! Ja, geht! Any Top-Lane mit Sun... Ne, Alter! Ja. Doch, Mann. Mit dem E-Mex. E-Mex. Es ist halt einfach nicht useful, Alter. Ich glaube, du stellst dir das ein bisschen zu gut vor. Na, Sola ist doch nicht irgendwie tiltet oder sowas. Hä, Tank-Any ist übel. Nice, Jungs, ich sag's euch. Alter! Wasch du da? Ja, aber... Ja! Ich komm in Bot-Lane. Für einen krassen Lane-Gang. Den halt immer noch nicht so hat wie... Ah, geht doch jetzt inzwischen schon. Ne, 8 Kills, okay. RIP! Hmm... Hmm... Bart Smith... I don't know where... I don't know why... Guck, der hat ein bisschen Vision auf euch. Bot-Lane ist jetzt auch Miss. Denke zum Buu, aber... Oder vielleicht auch nicht. Ist der Flash? Was? Warte mal auf, ihr habt 0 Vision. Vom Sticker-Flash eh jetzt. Das du it. Are you ready? Ja. Ja. Du it. Oh, läuft. Hey, gut Flash! Ja gut, der Kill war jetzt nicht safe! Alles klar! Hä? Das hat mein W schon gekastet gehabt. Schon vor einer halben Stunde. Ich Flash-Ult, ey! Yo! Aber wir kriegen den Tower-Jungs, das ist worth. Du schon mal mit dir. 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 Achso, da passiert sowas. Mit dir ist ja nix. Mh... Lieber Slow. Oh, fanpistig. Also ich bin trotzdem... Also ich bin trotzdem... Ja, ne, klar. Ich tänne es nur hier rum wie so'n Pony und er trifft den Stand. Können wir mit dir was machen? Nee, das sind drei. Ich bin ziemlich dick. Okay, nehmt. Und... Nico, vielleicht spiele ich auch. Oh mein Gott, steh dran. Hm... Rodinho. Okay. Alter, das wär's. Du musst den Account machen mit Ronaldinho und einfach die ganze Zeit nur Skillshots dodgen. Nix anderes machen im Game. Das mach ich. Tja, das ist die Pressure langsam da. Aber... Was hat denn Fussballspieler mit Skillshots zu tun? Ja, und warum er diese Tänzer ist. Ey, sieh da an, Junge. Ach, da warst du nur ein Jungspund. Lol, da an. War live dabei beim Kopfstoß. Ja, das war ja schon... Live dabei, er ist an ihm gestanden. Das war ja schon komplett Ende. Da war ja schon lange vorbei. Er stand daneben einfach. Ja. Und war das 2000... War das 2006? Ich glaub schon, ne? Ich glaube auch, ja. Nico, Matarazzi. Ja, Matarazzi, der Ficker, alter. Oh. Das Gefühl, dass der Tunnel mich eventuell... Ich komm hoch. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Ich komm hoch. Mach ich einfach weg. Mach ich einfach weg. Mach ich weg! Wo ist die Botlane? Er muss leiden! Gut. Die Move-Grasse, alle Move-Grasse. Machen wir... Machen wir... Machen wir... Machen wir... Er hat... Er hat Iceborne Sunfire! Endboss! Aber es ist Schande. Wo ist die Botlane? Das ist die Poppy, ne? Die Poppy ist der Jungler. Bei dir... Bartult. Dein Ernst? Du schießt hier. Ja, du hast halt auch nix verloren. Ich hab dir ja gesagt, dass... Das Bart zu dem Move. Jungs, Bartult. Joa... Sieht nicht so gut aus, würde ich sagen. Ich find's geil. Also, ich bin gut im Game, aber... Du kannst den Tunnel nicht anernwohnen, wie Bon grad war. Ich? Ne. Der Punkt wird auch wahrscheinlich nicht mehr kommen, oder? Doch. Ich hör mal gleich aus... Sunfire Ice... Äh... Ja, genau. Jo. Sunfire Iceborne. Mach einfach. Mach ich einfach. Mach ich einfach. Kannst du nix mit falsch machen. Bist du? Bist du? Hallo Sola, ich habe gerade mit League of Legends angefangen. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Sunfire Iceborne. Du tiltest mich so hart. Wir haben letztens Dynamics gespielt und der hat einfach nix zu tun gehabt außer auf... auf Lucian Iceborne gefahren. Ich war legendary Junge. Ganz zur Zeit. Ich war legendary Junge. Jo, im zweiten Game warst du übel nicht. Ja, da waren alle useless. Ne, ich nicht. Komm, Bot. Du hast auch nicht Navi gespielt. Ja, 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 ja. Ey, ich war... Hat sie gestern ein Game. Der trifft. Mach ich nass. Ah! Können wir fighten, können wir fighten? Ja, klar. Ich denk schon, ja. Hinterher... Ghosties. Mach's Shunnel, Shunnel, Shunnel. Gute Barthold. Der hält ja nix aus! Oh, mein Headshot Baladina war schon weg. Ne, mein Headshot macht keinen prozentualen Damage, oder? Ne. Oh, der hat grad irgendwie 500 Quits gemacht, oder so. Und... Sieben, Sechzehn, alles cool. Und da kam einer Niewersland. Einer Niewersland, der die Welt veränderte. Wir nehmen den Tower. Kostlos. Und dann streuen wir Salz auf die Asche! Oh, ey. Weil wir Kartago jetzt völlig vernichten. Ne. Würden so alle, ja. Ich... Ich würde das jetzt als guten Aufschub sehen. Die halten uns lange genug. Ich gebot den. 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 So, ich nehm jetzt Botwave. Redbuff. Ich bin sogar echt nicht dünn, ne? Ich bin ziemlich dünn. Ne, du bist ein richtig fettes Stück Scheiße. Ja, ich bin übelst übergewichtig. Das wär einfach die Verdeutschung wahrscheinlich so in den Patchnotes. Wenn ein Champion übergewichtig wird... Habt ihr's jetzt gelesen mit den Schlumpferkaufs? Dann schneeballt der ziemlich hart. Dann schneeballt er. Wird er dann noch ins Rollengerät. Ja. Jetzt in den Patchnotes einfach... Wir haben ein Schlupfloch gestopft, in den Schlumpfaccounts von Diamond Spielen. Echt? Echt? Al... Was mit den Schlumpfaccounts von Diamants Spielen? Achtung. Ah, warte. Ich kauf einen Pink. Alter, ich bin für zwei Löwischen. Move to in so einen Jungle, gerade. Ich mach noch Raptoren, aber... Machen die nicht? Hallo? Ja, Baron. General Pink ist aber irgendwie übelkacke. Die machen die nicht. Ne, die klären du, ne? Gehen die raus. Gehen die raus. Add a save. Gehen die raus. Gehen die raus. Kommt, wir machen da was. Wir müssen jetzt mal gegen. Das ist doch gut. Ooooooh! Alter, die sind einfach zu ahead für so einen... Oh! Ne, ne, das geht doch gut aus. Macht gut aus, ne? Sehr gut. War ein schönes, schönes Fest hier. Mach den, mach den, mach den. Schönes Fest hier, warte. Geil! Das sind meine Jungs. Wuh! Wie fährt der Duschen? Der ist Low. Oh, der ist für Full-HP. Ich hab jetzt glaub da noch nichts. Ich schlag echt gut rein. Ich schlag echt gut rein. Ja, guck mal jetzt, guck mal hier. Guck mal, wo geht die Waffeln? Wo geht die Waffeln? Was ist denn das? Ja, in den Fluss, Mann! Ja, beruhig dich doch mal! So, jetzt guck mal, was sie macht so. Sie tanzt einfach und jetzt... Bläh! Bläh! Ja, dann kauf dir den Skidler. Wer heißt das Skidler? Alleine schon, weil die Katelyn nicht aussieht wie Katelyn. Ja, eben. Die sieht aus wie Vayne oder so. Ja. Irgendwas, aber nicht... Wie eine Zyra mit Gewehr. Oder Zyndra. Guck mal, wie es aussieht, wenn ich einen Headshot habe, Alter. Wie die Zyndra einfach. Ja, ja. Oder Zyra oder so. Zyra mit Gewehr. Ich werd das hier. So, ich hab jetzt, äh... Gloobab. Damage. Ich hab Damage, Jungs. Und dann... Baron! Oh, hier ist ein Wort. Ich muss der Vision heran-kriegen, aber alleine geht nicht. Finde es gut. Alter. Aber eigentlich, theoretisch, dürften die mich halt echt nicht catchen, so. Das... Ich glaube, wir haben jetzt echt eine gute Chance, wenn wir weiter so fighten, zu gewinnen. Nice. Das sind wir. Das ist, äh... Gerüchtige Einstellung. Also, wenn Sola nicht tiltet, weißt du, dass du das Game echt noch gewinnen kannst. Ist so! Wenn ich im Farm vorne bin, dann ist das Game noch nicht over, weil ich da nicht tilte. Ist so. Ich kann... Hab ich letztens mit Densis diskutiert. Ich kann 0,5 stehen, aber solange ich 5 Farm vorne bin, ist Game noch nicht los. Aber wenn ich 5,0 stehe und 10 Farm hinten bin, ist over. Wir haben jetzt übel aufgeholt, ne? Scheiße. Klar. Wir wollen's jetzt. Nein. Wir haben halt immer noch ein bisschen durch den Kontrollen. Ja, ja. Ich stell da mal. Ich baue da mal ein paar Worts. Drake in 1,30. Das wäre der dritte. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Wir haben auch... Danke. Bis auf. Oh. Oh. Wir haben drei Flasches haben wir. Was machen die denn? Können auch bottom-CG gehen. Hier holten wir schon ein bisschen. Ja, da muss man hängen. Pass auf, ich will noch ein bisschen. Da bin ich gut ausgestattet. Können wir nur die Backport-Animation nochmal sehen. So. Warte, diese Flavine. Die Woll mit der reiten Mitte, die guten Mitte. Vielleicht kann hinter die tippen. Vielleicht. Könnt ihr waiten hier an der Stelle. Ja, wenn gleich TP kommt. Jawohl, erwischt. Schaut. Ja. Brauch wischen. Können jemand ihren Blutchen? Ich glaub wir sollten die einfach wieder gut catchen. So wie eben. Okay. Ah, ich heil mich, ich heil mich. Warte, ich hab System. Ja, ja, ich hab. Kommt zu de Brode. Ja, ich trappe einfach, die können halt nicht pushen wenn ich trappe. Die Traps sehen aber nice aus. Oh. Ich könnte halt übel reinböllern mit meinem Fass, ne. Ja. Ja, aber der TP dauert zu lange. Wir wollen keinen halt von Anfang an. Ich tippe, ich tippe, ich tippe. Ja, ja, ja. Anima im Eck. Tunnel, Tunnel, Tunnel. Hammer. Nice. Du Frostbeens? Frostbeens? Ja, ja. Nichts geflasht, Pop, nichts geflasht. Auf Lucien, Lucien. Nice. 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 Alter, wundervoll. Nice, 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 nice. Award here. Äh, ich hab kein Award. Ich hab kein Award. Ich bin Pink. Alter, ich könnte den Jungen für 680. Warte mal, warte mal. Kein Award? Doch, ich. Ne, ich hab keinen. Okay. Dann steht nicht neben der Wand. Steht nicht neben der Wand. Lass mich mal... Lass mich mal... Max, jetzt musst du proven. Zack. Ich hab' den Fussmann nicht geübt. Versteht ihr das? Der Dexter war ja der mit wegen Schleckwiss. Der Dexter war ja der mit wegen Schleckwiss. Können wir gleich noch machen? Ja. Ich bin jetzt ein bisschen... Ja, ich komm' da. Will man ein Ding, ne? Hier nichts. Ja. Ja. Ich bin noch Instant machen können. Decke. Ja, kam zu spät. Deco. Aber ihr könnt's glaube ich trotzdem machen. Weil die haben da keine Mischung, glaube ich. Ja, die wissen, dass wir da sind. Ja, ist egal. Die haben Angst, dass wir da alle sind. Deswegen. Okay, passt, oder? Jo. Boah, hab ich 40% cooler. Achso, Baron. Ah, nee, Blubber. Kannst du ihn clearn, Flash? Ja, ich dachte du nimmst. Wollte ihm nur das Gold geben, weißt du? Ich will einfach nur schnell hier alles clearn. Jetzt geh' ich jetzt auf Blade nicht. Hä, irgendwie... Wenn... Nach'em Coup mixe ich immer unterbewusstes Maxen auf W und E. Was total dumm ist. E. 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 No Damage. No Damage. Früher. Da gingen auch der coolen runter. Damals vorm 2. Ja, ist so, ey. Da hat das Ding noch ad Schadeln rum. ja dann gehen wir vermitte oder top würde ich sagen top ja ja mit der klinik auf ein wort hier ist das jetzt nicht ja hier sind wir mit rein ich wollte die kräse gleich hast du hat jemand pink für hier ja dann mache ich ein ja grenzstreifen ist aufgebaut auf jeden fall hab dich jetzt alles Alles gut, Jungs. Alter. Das ist aber wieder full life, der Junge. Er hat halt nicht mal ein B-Tier oder so. Das ist ein Vamp-Scepter. Ja, und Warlords. Ja, und Warlords, klar. Und Dorans, Jungs. Und Dorans. Okay, jetzt, Jungs. Das ist das genervte Warlords, ne? Oh nein! Was heißt denn hier? Oh nein! Wir wollten nur einen Tower haben. Ja, Free E. Musst du sagen, ich will EEN! Kann man heute machen, ne? Ja. Weil ein Tower. Oh. Schön. Da, Sula. Duft auf. Oder bottom rotieren? Ja, das wäre ja. Wann dann kommt. Vorsicht, geh mal raus. Ich muss bitte. Geht einfach raus. Ich muss bitte. Seid ihr safe? Ja. Ich kick bitte. Okay. Ich hab dafür aber. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Komm zu mir. Ja. Oh, fuck. Oder schon, durch alle vier? Dann Lucky. Der ist ziemlich squishy, der Junge. Alter, den ich selber. Geht raus, bin tot, ne? Ich hab ohne mich fehlt ein bisschen DPS auf dem schon. Ja, ich, ja. Ja, nicht unbedingt. Ja. Pass auf, lass lieber weg. Alter Flesch, ich bin einfach ein Gott. Wollte er unseren Mitschreiter mit. Oder einfach ab? Ja, eins für eins. Ja, ich laufe doch. Okay. Kurze Beine. Gar keine Beine. Ein Fisch. Wow. Ich bin das echt kein. Ist so richtig unlogisch, dass ich... Wie kann der außerhalb von überall überhaupt laufen? Das wäre so eine neue Navi-Passe. Voll unrealistisch, ey. Sie spawnt im River und kann diesen nicht verlassen. Geiler Support. Dafür sind alle ihre Spales global. Ich hoffe, das Spiel zu spielen. Das ist unmodellistisch. Und dann noch mit Helikopter. Komm her. Komm her zu mir. Weißt du, du kannst quasi, wenn du deine Helikoptererweiterung hast, brauchst du noch einen Fisch. Dann kannst du sie vom River auf. Alter, ein Kackball mit dem Helikopter über, ey. Und die Schweine zuckt auf der Botlane. Kannst du Bacon machen. Kannst du verkaufen. Kannst dir einen BF-Sat kaufen. Na übel, nein. Schwimps! So, Leute. In einem Element, eh. Rooms. Nochmal Mitte, In-App nehmen. Weil wir so sexy sind. Ich hab jetzt auch wieder Flash. Ich geh kurz base. Johnny geht schon base. Lange nicht mehr gestrauben. Lange nicht mehr gestrauben. Das ist ein Lappen. Ich bin super fett. Ich bin einfach 3-4. Aber ich bin da echt fett. Was? Du hast ja fast ein Full-Eitem-Bild. Mit Einleitung. Natürlich bist du nicht fett. Ja, ich bin doch einfach. Er ist übergewichtig. Ja, ich bitte euch. Das hat nichts mit den Stats zu tun. Ja, komm. Einfach mittel-Inneboden. Diese Biese. Ja, gut. Dann zieht nicht Bord jetzt. Hier ist ein Ward. Oh, das war eigentlich eine Latte. Latte, Latte. Naja, wäre schon mau, wenn die da von hinten tippen können. Eigentlich nicht so Latte. Okay, dann clear den. Hat jemand einen Sweeper? Nee. Achso, ja. Boop. Passt auf, wenn einer gecatcht wird und dann geburstet wird... Oh, die wollen, die wollen, die wollen. Na, wer will vorbeilaufen? 800 der Kürt auf der Poppy. Okay, Bardol ist raus. Jetzt haben wir... Ja, Bardol ist auch mega low. Lauf. Kann ja gar nichts machen. Was wird Slow-Push nicht? Ja, wir trillen einfach bis Kevin da. Nee, nee, komm, ich komm. Das wird jetzt noch ein Riesen-Rekter. Ja, mit dieser Offenende, ne? Ja, aber noch klar. Wie Backview war nicht dann 316 oder so. Schöne, ein bisschen? Hat sogar ein bisschen? Oh, alter, genau die Nami. Wacht ihr, dass du? Natürlich trifft er mich! Jetzt noch Poppy? Oh, ich dachte, ich kenne, aber Nami hat einen geholt. Ah, Achtung, ich tank nicht mehr. Ich tank nicht mehr. Okay, cool. Nö, innert. Easy. Einfach beide Carries, die sind weggeschmackt. Army OP. Einfach super. Ähm. Warum hast du das nicht mit Vayne geschafft? Ja. Haha, einfach entspannte Journey. Uh. Wenn wer? Nö, der nimmt sich. Oh. Muss ich ja. Der nice GG. Dann haben wir noch eine Chance. Ganz für die. Ah. Wuh. Ja geil. Alter, richtig krass zurückgespielt, ne? Wir legen immer noch eine Chance ließen. Wir legen immer noch eine Chance ließen. Ja, hatten sie im Late Game. Keine Chance. Johnny zieht die Hose aus. GGWP. Ja, das war eine weitere Runde. Spannende Empfehlung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.